Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dem kleinen Haus Video von Wellness Center Deluxe. Ja, meinem kleinen Spa, klein in Anführungsstrichen, welches wir jetzt in meiner letzten Letzt-Bild-Reihe zusammengeklöppelt haben. Und ich muss wirklich sagen, ich kann es nochmal wiederholen, ich bin mit dem Spa wirklich zufrieden, mir hat der Bau allgemein tierisch viel Spaß gemacht. Und für jene, die das Spa jetzt gerne runterladen möchten und selbst darin spielen möchten, die können gerne in der Videobeschreibung oder hier oben rechts jetzt im Video gerne einmal raufklicken. Und da kommt ihr wieder auf meine Webseite und könnt das Haus dann wieder direkt, beziehungsweise das Grundstück des Spa, direkt runterladen und an euer Spiel hinzufügen. Und wie ich immer sage, dran denken, bevor ihr das Spa platziert oder allgemein jedes Haus platziert, vorher den Cheat bb.moveobjects aktivieren. Sonst wäre das Ganze nicht so dargestellt mit den ganzen Objekten und so weiter, wie ich selber halt gebaut habe. Ganz wichtig dran zu denken. Ich möchte jetzt nicht lange phaseln, ich wünsche euch viel Spaß mit dem kleinen Video. Ich habe ja gesagt, ich möchte noch so eine kleine Rundumfahrt machen hier von dem Spa. Ich denke mal, das ist es einfach wert und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also, macht es gut, gerne ein Däumchen nach oben und ein Abo. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut, tschüss. Ich bin ein Däumchen nach oben. 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 Ich bin ein Däumchen nach oben.